Nee, ich bin zu cool. Der sagt immer die Wahrheit. Manche andere auch. Es gibt auch ein paar Leute da draußen, die die Wahrheit sagen. Und so muss das auch sein. Soll man sich jetzt nicht vormachen lassen oder was? Ich bin zufrieden. Ich habe dir was mitgebracht. Mein Gott hat sorgfältig eingebracht. Heut Nacht kommt die Stunde des Schläfers. Denn er ist erwacht. Er hat mir gesagt, er will dich sterben sehen. Er hat mir gesagt, ich würde dich später verstehen. Ich habe nie gefragt, warum hast du was gesagt? Warum hast du was gesagt? Ich bin ein göttlicher Bote auf geheime Mission. Du wolltest eine Gebote. Was soll ich sonst tun? Der Körper ist wie Sabole. Tick, Tick, Tick. Ich bin die Explosion in Person. Mich interessiert. Ich bin die Explosion in Person. Herr Schraubchen, wo hast du das Leben in deinen Arm plant? Ich will das. Das ist das Leben in deinen Arm machen. Bin ich ein Held Er hat mir gesagt Ich werd nicht untergehen Er hat mir gesagt Ich werd ein neues Leben sehen Er hat mir gesagt Ich werde später verstehen Worum es geht Ich bin ein göttlicher Poten Aus der Heimatmission Befolge seine Gebote Was soll, wie sollst du Der Teufel wird dich jetzt holen Tick, tack, tick Ich bin die Explosion In Person Tick, tack, ich hab dir was mit Gebracht, tick, tack, tick, tack Ich hab dir was mitgebracht, tak tak, ich hab dir das Roten ge... ...mitgebracht, mitgebracht, 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 ich hab was mitgebracht. Ich will ein Gesichter Boten auf geheimer Mission. Befolge seine Gebote, was soll ich so tun? Der Teufel will dich jetzt holen, tak, tak, tak. Ich bin die Explosion, ich werde so gut. Und ich bin ein Gesichter Boten auf geheimer Mission. Befolge seine Gebote, was soll ich so tun? Der Teufel will dich jetzt holen, tak, tak, tak. Ich bin die Explosion in Person.